Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Cornelius von Cornel und wir sind hier zurück bei The Wining of Mario Rebirth. Und ich würde sagen, wir gehen sofort rein ins Spiel, wir benutzen einfach mal den Spielstand Nr. 1, denn der ist ja eigentlich nicht in Benutzung und von daher können wir da mit dem Mod einfach uns ausleben. Und wir spielen heute mit Prinzessin Peach, nachdem wir im letzten Bad Rosalina waren, spielen wir jetzt mit Peach und wir haben natürlich hier Captain Toadsword dabei, wie heißt der, ich hab keine Ahnung. Und wir haben das Yum Heart, wenn mich nicht alles täuscht, was wir durchaus etwas schlauer hätten benutzen können, aber es passt schon. Und ja, wir sehen leider unsere Herzen nicht, das sollte aber nicht das aller, aller, aller Grün... Oh, die Fuzzis, wie cool die einfach aussehen, ey. Okay, ähm, ja, wir sehen unsere Herzen nicht, das sollte aber nicht das allergrößte Problem sein. Und dementsprechend ist unser erstes Item des Headless Buddy. Ja, Headless Buddy, mein kleiner Freund, was ist denn los mit dir? Boah, wie viel Leben hast du denn? Das ist ein richtiger Endboss, wuhu. Und noch mehr fliegen, ah, noch mehr Gegner. Oh, bitte, lass den Captain in Ruhe, lass den Captain Toad in Ruhe. Der heißt nicht Captain Toad, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, das ist ein Problem. Wohin läufst du denn, mein kleiner Schatzi? Komm mit mir, bitte komm mit mir. So, ja, wir würden dann, denke ich mal, einfach ab in den... Das ist kein XL-Ebene, genau. Deswegen können wir lock auf lockig in den Zaki-Zaki-Raum gehen. Oh, wir kriegen... Wow. Das ist just an amazing Start, ja. Tatsächlich finde ich ihn amazing, denn das Headless Baby ist im Grunde durchaus... Ja, es ist kein Mega-Item, aber es ist ein vollkommen zufriedenstellendes Item. Das kann man auf jeden Fall sagen. Äh, von daher ist es ein Start, mit dem ich wirklich sehr gerne lebe. Ja. So, habt ihr gesehen, da hat der Headless Buddy den kleinen Koopa kaputt gemacht, der uns verfolgt hat. Was verfolgt der uns auch? Was denkt der eigentlich, wer er ist, hä? Koopa the Quick? Du bist nicht Koopa the Quick. Niemand kann sein wie Koopa the Quick. Koopa the Quick ist eine Legende. Und du, du bist nur ein Scharlachthan. Sagt man das so? Scharlachthan? Oh, man, ey. Was ist denn los mit den Leuten? Denken, sie könnten Koopa the Quick hier... Ähm... Ein blauer Stein. Worüber habe ich geredet? Ach, das Leben ist so schön. Sie denken, sie könnten Koopa the Quick kopieren. Niemals. Was ist das denn für ein Raum? Gekliert! War natürlich komplette Absicht. Ich meine, hey. Wäre ja voll nervig gewesen. Könntest du bitte da rein... Es ist immer das gleiche... Immer das gleiche in so einer Situation. Ähm... Naja. Mein Headless Baby hat aufgeräumt. Und vielleicht haben wir gute Pillen dabei. Das wäre auf jeden Fall... Ja, und wir haben uns genau in den Raum teleportiert, den wir noch nicht gekliert haben. Was okay ist, weil ich wollte eigentlich sowieso hier rein, aber... Das hat sich dann halt anders ergeben. Jetzt haben wir ihn gecleatet, haben eine Bombe bekommen. Jetzt können wir guten Gewissens einfach die Ebene verlassen. Ähm... Der Shop... Wir haben keinen Schlüssel. Okay. So. Äh... Lack ab. Äh... Volles Leben. Und Speed ab. Lack ab und Speed ab ist... Vollkommen in Ordnung. Wow. Das war eine gute Pillenbox. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. So. Ähm... Wir haben genug blaue Herzen. Von daher... Und wir kriegen direkt das nächste Item. Was ist denn los? Ich glaube, wir haben ein bisschen Glück. So. Bam, 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 bam. Ich bin ein bisschen in der Ecke. Okay. Ich konnte mich befreien. Boah. Und wir sind mega stark unterwegs. Jetzt so ein... Damage ab? Ne. Zwei blaue Herzen. Das ist aber auch vollkommen in Ordnung. Und wir spielen die Binding of Mario Mod. Ich bin sehr gespannt, wann das nächste Update rauskommt. Die Leute sind auf jeden Fall am Machen. Am Maken, am Tooten. Habt ihr auch in den Kommentaren geschrieben. Äh... Dass die momentan... Ähm... Ihr könnt auch gerne mal bei Twitter vorbeigucken. Einfach Binding of Mario suchen. Dann findet ihr den Twitter Account von... Äh... Den Mod-Erstellern. Und die Mod-Ersteller fragen tatsächlich auch immer nach... Ähm... Ein bisschen Inspiration nach Ideen. Und wenn ihr vielleicht irgendwas krasses... Oh, wir haben... Schon wieder Chocolate Milk. Heute ist der Chocolate Milk Tag, Leute. Ähm... Wenn ihr irgendwelche coolen Ideen habt. Für diese Mod, ne. Was Gegner anbetrifft. Ähm... Bosse. Was Ebenen anbetrifft. Challenges. Dann könnt ihr mit den Tweeten. Die antworten euch mit Sicherheit auch. Ähm... Und... Ähm... Dann könnt ihr vielleicht sogar hier ein bisschen... Ja... Mitbestimmen. Oder irgendwie so in der Art. Und... Ich meine... Hey... Das ist doch... Das ist doch eine coole Sache. Vielleicht... Vielleicht ist eure Idee im nächsten Update dabei. Oder so. Also... Wie gesagt... Wenn ihr darauf Bock habt. Dann tweetet die auf jeden Fall an. Die freuen sich immer wieder über... Über... Äh... Ideen und... Ähm... Inspirationen. Denn... Ja... Ne? Zwei Augen sehen mehr als... Äh... Vier. Oder... So ähnlich. Ne? Vier Augen sehen mehr als zwei. Ja. Ich kann es euch nur empfehlen. Sind auf jeden Fall mega nette Typen. Und... Ähm... Der Mod ist jetzt schon so mega geil. Ich... Ich würde mich einfach freuen, wenn er richtig amazing wird. Wenn er einfach noch voller wird. Ja... Wenn dann bei Afterburst kommen nochmal viel mehr Gegner dazu. Ich hoffe, das wird alles nochmal angepasst. Und... Wow. Wenn ich in einem Jahr Binding of Mario spiele, will ich einfach die krasseste Mod der Welt hier sehen. So ein richtiges Mario Ding, ey. Das wäre... Das... Ich... Ich feiere das einfach mega. Deswegen... Ähm... Ja. Bam. Okay. Wir haben den Goldraum gefunden. Also gehen wir einfach weiter. Straight up to the moon. Und viel, viel weiter. So. Buddy, 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 Pudu. Und wir gehen direkt hier wieder rein. Und ein Guppy Item. Ach, come on, ey. Wir nehmen es auf jeden Fall mit. Aber wir werden es noch nicht jetzt unsere Herzen wegschmeißen. Die Knochen trocken. Ich liebe, dass sie da sind. Auch die Knochen trocken. Sie sehen so gut aus. Ich hätte so gerne ein Knochen trocken Spiel. Oder Knochen trocken als spielbaren Charakter. Das wäre so krass. Stell dir das mal vor. Ach, Knochen trocken. Das wäre ziemlich cool. Die Spinnen kriegen wir klein Entschuldigung Ich hätte so gerne Knochen-Trocken-Spin-Off, Alter So ein richtig cooles Jump'n'One Mit Knochen-Trocken Ich glaube, ich werde das niemals Bekommen Meine Gear Was heißt meine Gear? Mein Bedürfnis Wird niemals gestillt Ähm Uuuuh Ja Achso, ich muss die töten Tiny Planet nehme ich mit Finde ich ziemlich interessant Wir haben keine Kohle Aber vielleicht kriegen wir noch die Kohle Auf jeden Fall durchaus möglich Das wäre mega Nicht in die Stacheln laufen Ups Bitte, bitte, bitte Guten Tag, Widows Wie geht's euch? Bada, 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 bada Ich töte euch Ihr tötet mich Wir töten uns Vielleicht mal nicht ganz so krass Spam, sondern ein bisschen aufladen Immer Vielleicht machen die Tränen dann mehr Damage Ja Natürlich machen sie dann mehr Damage Aber Ähm Vielleicht lohnt sich das mehr Ich habe doch keine Ahnung Puh Here we go Ein Ah, das ist der Magic Mushroom Ich weiß immer nicht wie der aussieht Wir haben den Goldraum Wir gehen einfach weiter Durch den Underground Immer weiter, weiter Wir raschen hier durch Wir haben keinen, ähm Wir haben leider keinen Äh, Devil Deal bekommen Was aber auch Jetzt nicht so Mega, äh Äh, wahrscheinlich war Weil wir haben ja in der letzten Ebene einen Devil Deal getätigt und dann ist die Chance immer ein bisschen geringer auf der direkt danach folgenden Ebene. Wenn ich mich nicht komplett täusche. Ähm, dementsprechend alles vollkommen in Ordnung. Hallo, kleiner Bomberman. Hier we go. So. Dann wollen wir doch mal gucken, wo der Goldraum ist, ne? Es fühlt sich schon wieder so ein bisschen an, als würde es dir zum Boss gehen. Würde ich natürlich, ähm, sehr mögen. Ne? Okay. Immer weiter, immer weiter. Ab zum Boss. Boah. Diese Koopas. Sie wurden vom Bowser bestraft, weil sie... Was macht mir da Damage? Hä? Bin ich dumm oder bin ich dumm? Was hat mir da Damage gemacht? Ich weiß es nicht. Böp, 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 böp. Böp, 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 böp. So. Vielleicht hätte ich, ähm, Tiny Planet doch nicht mitnehmen sollen. Es fühlt sich gerade ein bisschen... Vor allen Dingen mit der Chocolate Milk ein bisschen kompliziert an. Da ist der Boss. Böp, 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 böp. Wunderbar. Nein. Zu viel Damage. Ich take zu viel Damage. Hilfe. Mayday, Mayday. Hilfen Sie. Hilfen Sie mir. Hilfen Sie mir, bitte. Damage ab. Nice. Und bitte gib mir die Kohle. Sag mir, dass es sich gelohnt hat, diese Qualen zu gehen mit Tiny Planet. Bitte sagen Sie mir, dass es sich gelohnt hat. Nice, Leute. Wow, wow. Ich glaube, jetzt sind wir, ich glaube, jetzt sind wir OP. Ähm, ich habe gerade noch daran gezweifelt, aber ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir OP as fuck werden. Und wo es sich zu 100% gelohnt hat, dass wir Tiny Planet mitgenommen haben. Nice, sage ich dazu. Nice. Okay. Jetzt müssen wir noch den Goldraum finden. Das wäre wirklich super amazing. Ähm, ich glaube, da gehe ich auch rein. Ja, komm. YOLO Mabolo. Hat sich leider nicht gelohnt. Wir haben jetzt auch nicht mehr wirklich viele, also wir haben nur noch ein halbes schwarzes Herzchen. Okay, da ist ein blauer Stein. Ähm, kein Damage ab. Boah, meine Tränen sehen aus wie so ein... Boah, wie der Tod, ey. Guck mal, die sind richtig pechschwarz. Ähm, wir werden jetzt eine Bombe legen. Und hoffen, dass wir blaue Herzen kriegen. Dankeschön. Das war der perfekte Outcome von mir. Und der Goldraum. Wow. Das ist bestimmt die Koffeinpille, oder? Ach so, das ist das. Welches Item ist das? Warte, das ist, ähm... Die Feder, genau. Aber wie cool sie aussieht, Alter. Wie cool das gemacht ist. Wow. Ein richtig cooles Item. Richtig, richtig cool. Äh, ja. Ich mag das sehr gerne. Bäm, 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 bäm. Die Musik ist mega nice. Bäm, 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 bäm. Ich frage mich, ob ihr sie mögt. Und PhD ist hier am Start. Das mag ich hier. Ich bräuchte noch eine Münze. Ah, okay. Ich hätte es mir eigentlich nicht kaufen müssen. Ich meine, ich habe Gappis Porn. Ich hätte mir... Das war nicht unbedingt nötig. Lauf ich in die falsche Richtung? Nee, nee, nee. Ähm, das war, glaube ich, nicht nötig, dass ich mir da das blaue Herz kaufe. Aber es ist okay. Meine Güte. Ja, es ist... Ich denke nicht, dass wir da großartig irgendwie jetzt schlechter mitlaufen oder so. Das ist okay. Ist vollkommen in Ordnung. Wir sind in Snowlands. Wow. Die Gegner sehen auch richtig cool aus. Warum habe ich Damage genommen? Keine Ahnung. Keine Ahnung, man. Hallo. Und wir kriegen die Bob's Curse Bomben. Schöne Gift Bomben. Nice. Bäm, 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 bäm. Ich hoffe, man hört meinen Tastaturgespammen nicht so mega krass laut. Wäre ein bisschen doof. Komm, stirb. Range up. Ja, range up. Kann ich sehr gut gebrauchen. So. Gapis Koller. Ist das mein erstes Gapier-Item? Ähm, ich glaube schon. Ich glaube, es ist mein erstes Gapier-Item. Aber ich bin nicht komplett sicher. Ich habe jetzt mal ein HP ab, ähm, ja, sausen lassen für drei blaue Herzen. Und habe dafür das jetzt mitgenommen hier. Das neue. Das heißt, wir haben wieder vier rote Herzen. Aber drei blaue Herzen mehr. Und ihr solltet vielleicht nicht unbedingt auf mich drauf springen. Yo, Kumpels, bitte. Ich meine, guck mal, ihr seid knochentrocken und ihr seid fett. Ich meine, wir sind doch Brüder im Geiste. Warum seid ihr so zu mir, hä? Warum seid ihr so zu mir? Okay. Ich hatte gehofft, dass hier vielleicht der Boss irgendwie auf uns wartet. Aber leider nicht. Und den Shop brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Ich meine, ups da. Wir haben null Münzen. So what? Was interessiert mich da der Shop, hä? Da ist ein... Guck mal, die Tür vom Challengeraum sieht ziemlich cool aus, oder? Das ist das Master Sword da oben drüber. Oh mein Gott. Zu viel Damage. Oh, das sieht wirklich cool aus. Little Chat. Ich weiß nicht, ob ich den haben möchte, aber... Oh. Ähm. Ich glaube, ich möchte ihn haben. Ja, Little Chat, komm mal mit. Wir haben eine gute Kombo mit dir. Dankeschön. Aber wir müssen für dich kämpfen. Äh. Ich wusste doch, dass irgendwo ein Haken ist. Man kriegt die Liebe halt nicht einfach so. Man muss für sie kämpfen. Nimm das als Weisheit aus diesem Part mit, okay? Aber es lohnt sich, Leute. Es lohnt sich. Wenn man den Kampf erfolgreich bestritten hat, dann kriegt man Kisses von Little Chat. Ähm. Meine HP geht ein bisschen zur Neige. Das gefällt mir nicht ganz so komplett. Ah. Kleine Boohus. Sollte kein Problem für mich sein. Maggie's Fate können wir mitnehmen. Auf jeden Fall ist es sogar richtig gut, weil wir Gappies Pore haben. Sind dann im Grunde jede Ebene drei blaue Herzen. Von daher vielen Dank dafür. Ja, wobei wir auf der anderen Seite dann auch auf jeden Fall Gappies Pore behalten müssen. Wenn wir jetzt irgendwie an den Punkt kommen, dass wir ein weißes Herzchen kriegen. Und dann aber vielleicht doch die Ebene über... Also wir haben jetzt immer ein weißes Herzchen am Anfang der Ebene. Und wenn wir dann aber während der Ebene das Item wechseln würden. Dann würden wir an den Punkt kommen, dass wir in der nächsten Ebene ein rotes Herzchen kriegen. Das aber nicht mehr entfernen können mit Gappies Pore. Und damit könnten wir unsere Polaroid-Spielereien auf Eis legen. Aber vielleicht gehen wir auch zu The Lamp. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Vielleicht gehen wir auch zu The Lamp. Muss ich mal gucken. Wir haben leider keinen... Ach, ich war im Devil-Deal. Also von daher komplett egal. Okay, gehen wir weiter. Hm. War jetzt gar nicht so schnell, aber ist okay. Vulcano. Numero Duso. Und die Musik. Sie ist wieder da. Da, 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 da. Da, da. So. Genau. Kumpel, du musst die roten Herzen aufsammeln. Hast du das vergessen? Das ist dein Job. Woo. 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 Vielen Dank für den Schlüssel. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Dieser Musikwechsel, ne. Und die Musik ist auch unterschiedlich laut, oder? Ich glaube schon. Das ist, das ist ein bisschen doof, dass die Musik unterschiedlich laut ist. Das ist halt auch in meinem Schnitt dann ein bisschen doof. Aber gut. Ich meine, hey, es gibt, es gibt wirklich Schlimmeres im Leben. Hm, aber es ist schon immer ein krasser Musikwechsel. Das kann man, kann man durchaus auch mal so anmerken. Ist ja auch nicht schlimm. Hm, ist ja auch nicht schlimm. Vielleicht mögen das die Leute ja auch. Bitte, 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 bitte. Aber ja, schon ein bisschen krass. Schon ein bisschen, schon ein bisschen, schon ein bisschen krasser Kontrast. So, diese, diese dunkle Vulkanmusik. Und dann kommt auf einmal, bitte, 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 bitte. Weiß nicht, ob das so optimal gelöst ist. Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, wie das im, äh, im richtigen Eisheck ist. Ob es da auch so, so ein krasser Kontrast ist. Oder ob das da ein bisschen smoother gelöst ist. Ich weiß nicht genau. Müsste man mal drauf achten. Tudu. Sehr schön. Ich glaube, da war gerade ein schwarzes Herzchen. Der Spider-Sack. Der Spider-Bud. Ähm, nee. Was? Was soll das eigentlich darstellen? Ein Arsch? Aber das ist... Ein Rücken? Das sieht doch nicht aus wie eine Spinne. Oh. Und man kann, man kann nicht dran vorbeilaufen. Das ist ja interessant. Ich glaube, ich möchte die Ebene nicht neu würfeln. Das ist die Ebene mit Marm, ne? Das, das bringt auf der Ebene nicht so viel, weil... Außer wir hätten eine Karte, um uns raus zu supporten. Aber... Haben wir nicht. Ja, wir werden einfach zum Mutter gehen und sie töten. Dann könntest du die... Äh, äh, ja genau. Könntest du bitte das Feuer ausmachen? Das stört an der Stelle, ja? Einfach Damage machen. Hilfe! Oh mein Gott. Mama. Ich meinte, ich soll einfach Damage machen. Nicht du. So, wir wollen da zum Negative. Und dann gehen wir hier rein und... Ähm... Ne, wollen das nicht mitnehmen. Und dann gehen wir in den Boss Rush Raum. Ist es der D4? Oder ist es der... Ich weiß... Ich hab halt keine Ahnung, welcher Würfel das ist. Sieht aus wie der D4, oder? Aber da ist doch eine 6 drauf. Ist es der D6? Ich denke, wir müssen hier was mitnehmen. Und das ist, äh... Piercing Shots. Ich denke, wir müssen die Piercing Shots mitnehmen. Boah. Mh... Ich glaube, die Piercing Shots machen uns extrem stark. Wow, wir haben die... Wir haben die, äh... Superform von dem Typen und die wurde auch geändert. Das ist ja krass. Das ist krass. Ha, da war die kleine Honigbienenkönigin. Ich muss mal ganz kurz... Boah, meine Nase bearbeiten. Ich glaube... Ich glaube, die Piercing Shots machen uns, äh... Viel, viel, viel stärker. Ich habe nur keine Ahnung, wie viele Leben wir noch haben. Ich habe jetzt gerade mir nochmal drei blaue Herzen gemacht, damit ich da ein bisschen auf der sicheren Seite stehe. Äh, kleiner Loki. Hä? Ich erkenne dich. Du kannst dich verkleinen, wie du willst, Loki. Ich werde dich immer downhanten. Du hast keine Chance gegen mich. Keine, keine einzige Chance gegen mich. Okay, kein Problem. Vielen Dank für das blaue Herzchen. Wow. Wow, da ist schon die nächste Ebene. Oh, guck mal. Oh, wie süß sie ist. Hilfe. Hilfe. Vielen Dank für die Blumen. Boah, mein Finger wird langsam... Da ist schon wieder ziemlich viele... Ziemlich viele Kettenhunde. Aber das ist ja nicht schlimm. Ich meine, das sind Hunde. Es ist ja auch durchaus verständlich, dass die in so gehäufter Anzahl vorkommen. Ich frage mich gerade, warum hier so viele... Ach so. Hier sind so viele blaue Herzen wegen, ähm... Wegen Dr. Boom. Äh, wegen Dark Bum. Wegen Dr. Boom. Wegen Dark Bum. Wer von euch kennt Dr. Boom? Das wäre interessant zu wissen. Boah, was ein Versprecher. Oh Mann, ey. Ich habe ihn einfach Dr. Boom genannt. Wie dumm. Wie dumm ich bin, ey. Wow. Klasse Treffer, Kumpel. Boah, dieses Kakao macht einen wahnsinnig, ey. Ups. Ich kann nicht mehr drücken. Ich kann nicht mehr drücken. Es ist zu viel. Es ist einfach zu viel. Bitte stirb. Okay. Naja, wir haben den Bossrash gleich geschafft. Boah, komm schon. Ich dachte, ich habe mich da richtig gut hinter versteckt. Boah. Wo ist der Kumpel? Da oben. Er wurde leider noch nicht geändert. Aber habt ihr das gerade gesehen? Der hat Kugel-Willis auf mich geschossen. Mega cool, Alter. Ach, komm schon. Und Kamek. Oh Mann, so viel Damage. Und Lakitu. Wer bist du denn, Lakitu? Ach so. Du bist der... Ach, krass. Lakitu mit der... Oh mein Gott. Den kannte ich noch gar nicht. Wie geil sagst du denn aus, Lakitu? Das ist wie verarschen. Das ist der D4. Was hat mir da Damage gemacht? Was zum Teufel? Ähm, ich setze jetzt den Tanuki... Ich kann die nur noch einmal einsetzen. Dann setze ich den Würfel ein. Und dann gehen wir weiter. Ich habe es Cursed Eye. Egal, ich kann ja noch einmal würfeln. Also, es geht schon. Wir würfeln uns jetzt einfach OP. Wir waren OP. Warum habe ich gewürfelt? Was ist los mit mir? Was ist... Was ist so falsch? Flap Zone XL. Aber wir spawnen ziemlich viele Spinnen. Das ist schon mal... Oh, und wir haben Taurus. Ja, wir müssen auf jeden Fall neu würfeln. Das ist... Das ist nicht gut. Oh, wir kriegen einen Damage ab. Oh, okay. Hallo, Queen. Ah, okay. Ähm. Wann machen wir so viel Damage? Wann ist ein Damage so hoch? Ich überlege... Also, was hätte ich überlege? Ich frage mich gerade, ob das hier gut ist, was ich hier habe, oder ob das schlecht ist. Wollen wir das überhaupt würfeln, oder wollen wir das... Doch, ich will würfeln. Oh, Ipecac... Wir haben weiße Ipecac-Schüsse? Ja, teilweise schon. Wir können fliegen. Wir sind Lord of the Flies. Okay. Und, ähm... Die Spinnen machen den Murder Damage. Ipecac ist schon ziemlich nice. Ich glaube, wir behalten Ipecac erstmal und gucken auch mal, wie das beim Boss so läuft, sich anstellt. Ach so. Stimmt, ihr seid die Kugel, Willi-Armee. Ah, okay. Da sind wir wieder bei den Augen. Hab ich. Ich kann... Ich... Ich kriege kein Damage. Oh mein Gott, wir behalten das. Ich kriege kein Explosions-Damage. Ich... Wie krass ist das denn? Ich hab einfach in der Alpec... Oh mein Gott. Hm. Okay. Das ist... Das ist krass. Jesus Juice. Ja, läuft bei mir. Ähm... Hallo? Warum? Hallo? Ist der Damage okay? Ja, doch. Doch, doch. Also ist guter Damage. Ähm... Wir gehen runter, ne? Da, wir haben aber den Geheimraum gesehen. Ach, wir waren da... Ne, wir waren da nicht drin. Ich wollte grad sagen. Aber gut. Hat jetzt nichts geändert. Aber das ist okay. Das ist okay. Äh, wir gehen runter. In die... Hölle, 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 Hölle. Entschuldigung. Einmal kurz husten. Und dann geht's weiter. Satan. Wo bist du? Wo bist du? Ja. Ihr wisst vielleicht... Wir werden nicht auf Satan treffen. Denn es gibt jemanden, der schlimmer ist als Satan. Er ist viel schlimmer. I am Error. Ich rette dich. Ich habe ihn befreit. Hm. Jetzt müssen wir den Boss finden. Wahrscheinlich müssen wir durch den großen Raum. Oder? Hä? Warum waren die Türen zu, wenn die eine offen war? Hm. Das ergibt keinen Sinn. Hilfe. Hilfe. Bitte. Hört auf, mir Damage zu machen. Ich habe ja die Big Beautiful Fly. Wo kommt die hinher? Keine Ahnung. Okay, wir müssen tatsächlich nicht durch den großen Raum. Ähm. Okay, entschuldigen Sie, dass ich davon ausgegangen bin. Ich wollte das nicht. Hallo? Oh, eine schöne Bombe. Da freue ich mich. Danke, danke, danke. Ops. Vielleicht sollte ich nicht ganz so viel Damage kriegen. Ja. Meine Treffsicherheit ist, äh, over 9000. 9000. Richtig schön zitzeln. So. Die haben eine relativ coole Tiersrate, glaube ich. Also in so Kämpfen, wo wir uns vielleicht auch nicht so mega viel bewegen müssen. Ich glaube, Isaac und das Blue Baby wären die besseren Kämpfe gewesen. Alles okay. Eine krasse Bowser-Statue. Wow. Wow. Ja, den Kampf kann man besser machen, aber es ist okay. Wow. Ich würde gerne das weiße Herzchen behalten. Oh mein Gott. Bowser. Er ist es. Er ist der Satan höchstpersönlich. Bowser. Was machst du hier? Ich dachte, wir könnten uns vielleicht doch anfreunden. Er natürlich trifft mich die letzte Shit. Jetzt kriegen wir ja nicht ein viertes rotes Herzchen. Boah, ich sehe nichts. Boah, deine Beine sind eindeutig zu voluminös. Ein viertes rotes Herzchen wäre nicht verkehrt gewesen. Okay. Das war schwieriger als erwartet, zugegebenermaßen, aber es ist okay. Einfach entspannen und downkommen. Boah, diese Ebene sieht so cool aus. Die Dream World aus Dream Team Brothers, glaube ich. Die Ebene, die sieht so super cool aus. Und sie hat ein super Feeling. Oh, da sage ich nur Applaus. Applaus an die Macher. Das finde ich echt cool. Ja, da habt ihr was geschaffen. Ziemlich cool. Ich überlege, ob ich vielleicht würfeln sollte, aber auf der anderen Seite kann ich eigentlich nur sehr schwer sterben. Äh, wobei ich gerade dabei bin. Okay, ähm, ja, es muss ein bisschen, es muss ein bisschen besser laufen. Ich habe nicht, wenn ich ein, zwei rote Herzen mehr hätte, ne? Boom, Alter, sofort. Das wäre, das wäre mega OP, aber mit drei Herzen. Ich bin ein bisschen ängstlich, dass ich das noch verkacken kann. Aber, es ist Druck, aber es ist nicht unbedingt, es ist nicht unbedingt ein mega negativer Druck. Ich bin eigentlich vollkommen okay damit. Ich, ich denke, dass ich das schaffe. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, nicht so einfach. Ja, den Raum haben wir gut gecleared. Nein, er kann doch mal abhauen. Von wo kommst du? Von dort? Fress meine Alpekeck-Schüsse! Fress sie! Ja, gefährlich wird uns vor allen Dingen, oder werden uns vor allen Dingen Dinge, die auf uns schießen. Jede Form von Träne wird auf jeden Fall ein Problem. Ja, nicht ein Problem, aber schwierig. Sowas wie der Brimstone hier natürlich auch. Ja, auf der anderen Seite musst du nur vernünftig ausweichen. Aber, hier bei den beiden Monstros sieht man dann schon wieder, dass mein Damage nicht so überragend ist. Ähm, was aber für den Kampf gegen The Lamb spricht, dass wir den schaffen, ist, dass The Lamb ja selbst, ähm, explosive Schüsse schießt und uns damit quasi heilen würde. Wenn ich das jetzt nicht komplett falsch interpretiere, irgendwie. Okay, den haben wir auseinandergerissen. Der auch. Hier, fress die Bombe. Wieso überlebt der so viel? Ich dachte, die Bombe, die er gefressen hat, würde schon sein Tod. What the fuck? Wir haben auch so viel zu leben. Und ein Item, yeah! Okay, das sind nochmal blaue Herzen, von daher vollkommen okay. Ähm, ja. Ähm, büm, 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 ja. Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, ob das jetzt guter Damage ist, oder ob das Damage ist, den ich ein bisschen, ähm, fragwürdig finde. Also, wo ich ein bisschen Angst habe, ob ich das schaffe. Es ist eigentlich guter Damage. Diese ganzen roten Kisten haben mir einfach alle nichts gegeben, ey. Was hätte ich gebrauchen können? Eigentlich auch nicht wirklich was. Ja, Gappi Set wäre okay gewesen. Ja, Gappi Set wäre, glaube ich, sogar eine gute Hilfe gewesen, ja. Ähm, dürfte hier der Boss sein? Hier ist auf jeden Fall schon mal der Geheimraum. Dass ich nicht unbedingt dafür sprechen muss, dass hier der Boss irgendwo ist. Aber, nö, du weißt schon, es könnte ein, äh, es ist, äh, es könnte ein Anzeichen sein. Boah, lernen reden, Junge. 2020 funktioniert sogar mit Alpecac, krass. Das ist ein bisschen krass. Hm, hab trotzdem nicht das krasse Gefühl, dass ich hier gerade überragend spiele. Also überragend Damage mache. Hm, Dead Sea Squads, yeah. I like that item, not. So ein Scheiß, ey. So ein beschissenes Item. So, dann würde ich sagen, top, die Wette gilt. Haben wir eine Chance gegen The Lamp oder haben wir keine? Okay. Hm, der Damage ist doch ganz okay. Ja. Okay, es war ein einfacher Kampf. Das konnte man ja nicht wissen. Aber es war ein cooler Part. Es war auch eine coole. Wir waren mega stark. Wir haben gewürfelt. Es kommt, ähm, ja, reden wir da nicht drüber. Würfeln wir in den nächsten Tagen nochmal, hm, interessant. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, der Pall hat euch gefallen. Wenn er euch gefallen hat, dann gebt mir und Prinzessin Peach einen Daumen nach oben. Äh, bei 5 Millionen Daumen, äh, küssen Prinzessin Peach und ich uns. Live. Ähm, ja. Ja, also, bis dann, auf Wiedersehen. Tschüss. Hm.